Hey Freunde, ich bin's wieder, euer Matthias und ich bin heute auf dem Weg zu einem richtig geilen Shooting in Ulm. Aber um da hinzukommen, muss ich erstmal zum Frankie nach Kirschheim Tech. Achso, wir sind da. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der Frank kommt, der mir ein Stativ bringt. Für unser Shooting mit dem TÜV und mit dem Phoenix und keine Ahnung. Und ja, dann sehen wir weiter. So, wir haben das Stativ und den Kopf und jetzt geht's ab nach Ulm. Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also wir machen jetzt hier das Covershooting für das Angezweifeltbuch. Unsere zwei Pogonisten werden wir jetzt mal da vorne platzieren und dann hoffen wir, dass das geil wird. Was geht ab? So, den da. Den da. So, ich hatte jetzt nicht wirklich Zeit zu filmen. Aber wir haben wirklich... Wir haben wirklich geile, geile Szenen im Kasten. Das wird richtig gut. Ich bin hier mit 72 kmh im Durchschnitt unterwegs. Und war einmal auf 2,43 kmh laut GPS. Ja, passt. Ich bin wirklich gespannt, wie das Shooting, wie die Bilder sind. Ob die Bilder passen. Und wir gucken uns das einfach an. Und ich sage schon mal Peace Out. Und wir sehen uns ganz bald.